Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mein Name ist Bernd Hüpers und ich möchte Ihnen meine Freundin Petra Morsbach vorstellen. Wenn Sie ihr neues Buch oder ein älteres Buch von ihr aufschlagen, steht dort, dass sie in München und in St. Petersburg studierte. Danach, so lesen wir, arbeitete sie zehn Jahre als Dramaturgin und Regisseurin. Dann gibt es ein paar knappe Informationen über den gegenwärtigen oder älteren Romane. Petra Morsbach ist promovierte Theaterwissenschaftlerin und es gibt eigentlich keinen Grund, das zu verheimlichen. Wenn man von der Universität kommt, kennt man eigentlich keine Menschen, die ohne jede akademische Eitelkeit sind. Menschen ohne diese Eitelkeit zu treffen, tut gut. Es kommt selten vor. Ich erwähne die Promotion, aber vor allem wegen der Dissertation. Sie verrät eine Menge über sie. Sie hat sie Anfang der 80er Jahre geschrieben. Es geht um die Kunstfreiheit in der Sowjetunion, in den Jahren der Stagnation. Lässt sich das Theater komplett gleichschalten und um jede Kreativität und jede Widerständigkeit berauben? Nein. Petra Morsbach konnte mit ihrem Forschungsansatz die Lebendigkeit einiger ihrer Wurzeln nachweisen, indem sie die Aufführungspraxis der Stücke von Isaac Babel, einem Literaturrevolutionär, untersuchte und dem Terror von Stalin zum Opfer gefallen ist. Sie konnte diese Wurzeln untersuchen und die Kunstfreiheit über diese Art und Weise feststellen. Das ist groß gefühlt, aber konkret gedacht. Diesen Gedanken würde ich gerne festhalten, in der finstersten Brezhnev-Zeit so einen Ansatz zu verfolgen. Diesen Glauben zu haben, dass die Kunst nicht tot zu kriegen ist. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs schrieb sie ihren ersten Roman, Anfang der 90er Jahre. Plötzlich ist es Abend. Die Biografie einer Russin, einer aus dem Volk. Diese authentische Lebensgeschichte verrät so viel mehr über Russland und seine Geschichte als viele hundert Zeitungsartikel, die man zu dieser Zeit in Deutschland gelesen hat. Schon da schafft sie es, über die Lebensenergie ihrer Protagonistin die erdrückende Schwere eines menschlichen Schicksals aufzuheben. Es lesbar zu machen. So lesbar zu machen, dass man das Buch nicht mehr aus der Hand legen kann. Ich kann leider nicht zu allen Büchern etwas sagen. Deswegen will ich einen Sprung machen zum Pferderoman oder der Geschichte mit Pferden, wie es heißt. Auch hier haben wir eine Heldin des Alltags, eine Köchin auf einem Reiterhof. Ich hatte das Glück, diese Heldin, die es wirklich gibt, in der Realität zu treffen. Das war für mich ein unvergessliches Erlebnis, eine Romanfigur plötzlich in der Realität zu treffen. Schon damals hatte ich viele Fragen an das Werk von Petra Mosbach und natürlich an sie. Meine Hauptfrage war und ist, wie schafft sie es, die Wirklichkeit unverzerrt darzustellen, in ihrem Elend zu zeigen, in der Schwere und der Gemeinheit, ohne das auf den Leser abzuladen. Es hat sicher etwas mit der Person zu tun, die sie beschreibt, also im Pferderoman mit der Frau Konrad. Aber es ist eben Petra Mosbach, die es schafft. Robert Musil hat einmal Seele und Genauigkeit ins Verhältnis gesetzt. Vielleicht ist es diese einzigartige Mischung aus Seele und Genauigkeit, aus Glaube und Beobachtung, mit der Petra Mosbach den Unmächtigen, wie sie sie nennt, die Würde verleiht. Ihr zuletzt veröffentlichtes Buch war sehr erfolgreich, Der Justizpalast, in dem es um das Schicksal und den Alltag einer Richterin geht. Petra Mosbachs Perspektive ist die einer Wahrnehmenden, nicht einer Alleserklärenden. Trotzdem kann man bei ihr vieles lernen und noch mehr verstehen. Wir sind in unserem normalen Leben ziemlich gefangen und isoliert. Wenn wir keinen Pastor in der Familie haben oder Richterin oder Köchin oder Dichter oder Dichterin, haben wir keine Ahnung von deren Lebenswelt und ihren Zwängen. Petra Mosbach nimmt uns in diese nahen und doch so verschlossenen Lebenswelten mit und man lässt sie sich gerne zeigen, weil sie alles in ein menschenfreundliches Licht tauchen kann, ohne die dunklen Seiten der Conditio Humana zu unterschlagen. Menschen mit Sinnfragen zu konfrontieren, ist heikel. In ihrem ersten Erzählband, warum Fräulein Laura freundlich war, ging es um die Wahrheit des Erzählens. Wir benutzen Sprache regelmäßig, um andere und oft auch uns selber zu täuschen. Sprache ist wie Magie, so wie... Sprich weiter, ich muss mein Batteriechen wechseln. So wie es bei Harry Potter, das Schulfach Verteidigung gegen die dunklen Künste gibt, so kann man lernen, Sprache gegen solche Verschleierungskunst einzusetzen. Das ist wirklich verblüffend und man glaubt es nicht, wenn man es nicht gesehen oder gelesen hat. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus diesem Buch, aus dem Laura-Band. Dort liest sie mit dem Leser gemeinsam die Blechtrommel von Günter Grass und sie hört dort die Kompensation einer hypertrophen Scham. Was für eine Scham konnte das sein, dass er als 15-Jähriger, wie er behauptet hat, zum Luftwaffenhelfer ausgebildet worden ist? Nein, es war etwas anderes und Grass hat es kurz nach dem Erscheinen des Laura-Bändchens in seiner Autobiografie eingeräumt. Grass hatte sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet. Petra Morsbach hatte die Scham aus seinem scheinbar selbstsicher auftrumpfenden Roman herausgespürt und es gesagt. Ein Gespräch zwischen den beiden, wir befinden uns im Jahre 2007, 2006, 2007, 2008, hat es nicht gegeben. Auch mit Marcel Reich-Ranitzky, dem ein anderes Kapitel ihres Essay-Bandes gewidmet war, ist sie nicht ins Gespräch gekommen. Vielleicht ist das ein großes Männerproblem. Genauso schlimm wie die Sprachlosigkeit der Enttarten, ist die Unfähigkeit des Betriebes, von Eilfertigkeit auf Ehrlichkeit umzuschalten und die Stimme, die sagt, der Kaiser ist nackt, ernst zu nehmen. Über das Buch wurde so gut wie gar nicht gesprochen. Mit ihrem neuen Buch geht sie noch einmal genau dahin, wo es schmerzt. Und das Risiko, erneut beschwiegen zu werden, ist so groß wie ehedem. Vielleicht größer, denn sie hat sich selbst in eins der drei Kapitel eingeschrieben. Ein literarischer Laborversuch mit offenem Ausgang. Damit wären wir beim Elefantenbuch. Wenn der Elefant im Zimmer auftaucht und ihn angeblich keiner sieht, dann haben wir die Situation des offenen Machtmissbrauchs. Petra Moosbach zeigt uns, wie man eingeübte Wahrnehmungsverzerrung gegenüber missbräuchlichem Machtverhalten durchschaut und abtrainiert. In diesem Sinne ist ihr Buch ein Aufklärungsbuch. Darüber hinaus ist es auch ein Buch gegen die Angst. Aber es ist kein Ratgeber nach dem Motto, trau dich, du brauchst keine Angst zu haben. Ich würde sagen, es ist das komplizierte Gegenteil. Denn sie sagt, es gibt Grund, Angst zu haben. Und verdammt, guckt euch an, wer alles Angst hat. Sie schont da ihre Kollegen und Kolleginnen nicht. Und damit sich selbst natürlich auch nicht. Ihr Rat lautet nicht, traut euch, sondern wappnet euch. Und traut euch dann ein bisschen. In ihrem Buch werden drei Elefantengeschichten erzählt, wobei im Kern Dokumente kommentiert werden. Man hat immer wieder gesagt, Petra Moosbach sei eine unparteiische Beobachterin, die Distanz hält. Ich denke, das stimmt nicht. Sie ergreift Partei für die Freiheit der Menschen, die sie die Unmächtigen nennt. Die erste Geschichte spielt in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts in Österreich. Es geht um den höchsten katholischen Würdenträger des Landes, den pädosexuellen Kardinal Rohr. Es geht um den Fall Grohr, Österreich, Wien 1995. Ein Missbrauchsvorwurf. Kurze Vorbemerkung. Einige meiner katholischen Freunde sagen, sie könnten von sexuellem Missbrauch einfach nichts mehr hören. Wem es ebenso geht, der möge die nächsten zwei Seiten überspringen und auf Seite 29 weiterlesen. Nun der Paukenschlag. Im österreichischen Nachrichtenmagazin Profil erschien am 27. März 1995 ein Interview des Chefredakteurs Josef Fotzi mit Josef Hartmann, einem ehemaligen Zögling des erzbischöflichen Knabenseminars Hollerbrunn. Hartmann schilderte, wie der damalige Religionslehrer Hans Hermann Grohr sich ihm als Beichtvater sexuell genähert hatte. Ich überspringe das jetzt tatsächlich. Es geht im Wesentlichen um scheinbare Reinlichkeitserziehung in der Dusche und um Masturbation und Schuldgefühle, die der Beichtvater zu wecken verstand. Und ein völlig verwirrten Schüler, der sich gekettet fühlte an Grohr und es nicht verstanden hat, sich zu lösen und auch später kein Verhältnis zu seinem Körper und seiner Sexualität mehr gefunden hat. Er hat eine gebrochene Biografie. Das steht im Hintergrund, darüber stand aber in der Zeitung nichts. Er sagt noch, dass er jetzt, 20 Jahre danach, an die Öffentlichkeit gegangen sei, weil Grohr gesagt habe in einer Predigt, im aktuellen Fastenhirtenbrief, Täuscht euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabenschänder werden das Reich Gottes erben. Und dann sagt er, Hartmann in dem Interview, wenn ein solcher Mann solche Aufrufe erlasse, dann kann ich als verantwortlicher Staatsbürger und Christ mit meinem Wissen von diesem Mann nicht mehr länger hinter dem Berg halten. Der beschuldigte 76-jährige Dr. Hans-Hermann Grohr war längst nicht mehr irgendein Priester, sondern geistlicher Leiter der Laienbewegung Legio Marie, Begründer und Leiter der Wallfahrt Maria Roggendorf, Benediktinermönch des Stifts Göttweig, Kardinal von Wien und Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz. Also der ranghöchste Kleriker Österreichs. Über Josef Hartmann, der seine Aussage durch eine eidesstattliche Versicherung bekräftigt hatte, war weiter nichts bekannt. Erste Reaktion. Also ich erzähle in meinem Essay, in dem ich Dokumente kommentiere. Und Bernd Hübers hat sich bereit erklärt, der Einfachheit halber die Zitate zu lesen. Profil-Chefredakteur Fozzi informierte Grohr vorab über den geplanten Artikel. Grohr antwortete nicht. Statt seiner nahmen die beiden Wiener Weihbischöfe Helmut Kretzel und Christoph Schönborn einen Tag vor Erscheinen des Interviews Stellung. Wo sind wir hingekommen? Seit der Zeit des Nationalsozialismus, als Priesterprozesse unter dem Vorwand homosexueller Verfehlungen geführt wurden, hat es in Österreich derlei Verleumdungspraktiken gegen die Kirche nicht mehr gegeben. Auf das Entschiedenste muss ein sogenannter Enthüllungsjournalismus zurückgewiesen werden, der den Angeschuldigten wehrlos entehrenden Verdächtigungen ausliefert. Wir appellieren an alle recht- und billigdenkenden Menschen in unserem Land, gegen solche menschenunwürdigen Praktiken Widerstand zu leisten. Es geht um die Würde eines Menschen, die Ehrfurcht vor seinem geistlichen Amt. Und es geht nicht nur um die Kirche, sondern um Österreich. Wir haben hier zwei gegensätzliche Zeugnisse der Empörung. Im ersten wird ein Missbrauch öffentlich gemacht. Der Zeuge bemüht sich um eine exakte Darstellung der Taten und Formulierungen. Die Schilderung ist detailliert und kontrolliert. Ganz selten bricht Sarkasmus durch. Ich greife da Zitate dann auf, die ich aber jetzt nicht weglasse, weil Sie sie nicht wiedererkennen, weil ich diese Passage ausgelassen habe. Ganz selten bricht Sarkasmus durch. Der Zeuge lobt sich nirgends. Er thematisiert seine Passivität. Zum Beispiel sagt er, ich habe es nicht geschafft zu widersprechen. Noch auffälliger wird seine Hilflosigkeit in verdrehten Wendungen wie dem ich meine Zärtlichkeit habe widmen müssen. Also war sie da. Und er hat es dann so weit kommen lassen, dass er mir die Zunge in den Mund steckte. Und er hat es auch nicht unterlassen. Als hätte der Impuls, die Sache zu stoppen, von Rohr ausgehen müssen. Die Persönlichkeit des Knaben scheint wie paralysiert oder vermischt mit der seines Lehrers. Im Sprachgestus fehlt die Empörung ganz, so wie sie damals fehlte. Der Schüler war nicht imstande, sich zu wehren. Ein einziger leidlich schwungvoller Satz kommt am Ende des Interviews, wenn der inzwischen erwachsene Josef Hartmann sagt, als verantwortlicher Staatsbürger und Christ könne er nicht länger schweigen. Eine seltsam geschraubte, anrührende Begründung. Er, der sich selbst nicht helfen konnte, will anderen helfen, sich von Rohr nicht täuschen zu lassen. Eine Befreiung hat anscheinend nicht stattgefunden, die Qual, die der Offenbarung vorausging, steckt in jedem Satz. Das zweite Zeugnis ist in allem das Gegenteil. Ohne konkreten Bezug, dafür umso schwungvoller, eine einzige herausgestellte Entrüstung. Der Gestus ist anklägerisch. Leute, die Priester homosexueller Verfehlungen beschuldigen, werden mit Nazis assoziiert. Sie schänden gewissermaßen nicht nur die Kirche, sondern ganz Österreich. Die Temperatur des Textes ist scheinbar hoch, reich an pathetischen Wendungen. Wo sind wir hingekommen? Polemischen Reizwörtern, Verleumdungspraktiken, Enthüllungsjournalismus, Superlativen auf das Entschiedenste und Generalisierungen alle recht- und billig denkenden Menschen. Nur das Größte ist der Gegenstand. Ehrfurcht, Kirche, Österreich. Das ist tatsächlich eine Sprache der Empörung, doch nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick steht nicht so da, wie es gemeint zu sein scheint. Kein Anwalt könnte die Schreiber festnageln, da jede einzelne Formulierung ein Schlupfloch hat. Der Ankläger ein Nazi? Nein, da steht nur, seit der Zeit des Nationalsozialismus. Der Ankläger ein Verleumder? Nein, da steht nur, hat es in Österreich derlei Verleumdungspraktiken nicht mehr gegeben. Was heißt derlei? Und wer das Wort Praktiken als unfreiwillig komische Fußnote liest, irrt. Es dient dazu, den Vorwurf der Verleumdung eben nicht zu erheben. Dieser wäre juristisch klar definiert. Verleumdungspraktiken aber kommen im Strafgesetzbuch nicht vor, denn Praktiken im Sinne von Methoden gab es zu jeder Zeit in jeder Zahl, die die Fantasie hergibt. Eine Methode ist keine Tat. Verbindlich attackiert wird im ganzen Statement überhaupt niemand, nicht mal die Nazis, nur deren Zeit. Und der Enthüllungsjournalismus ist vorsichtshalber in Anführungszeichen gesetzt, weil ein Enthüllungsjournalismus ohne Anführungszeichen keineswegs den angeschuldigten, wehrlos entehrenden Verdächtigungen ausliefert. Der Verdächtige kann sich wehren. Verleumdung ist strafbar und kostet den Verleger viel Geld, wenn nicht sogar die Lizenz. Der Angriff ist von vorn bis hinten blöf. Dasselbe gilt für die Verteidigung. Der dramatische Appell, es geht um die Würde eines Menschen, die Ehrfurcht vor seinem geistlichen Amt und es geht nicht nur um die Kirche, sondern um Österreich, bedeutet nur scheinbar ein Bekenntnis zu Grohe. Nüchtern grammatikalisch gelesen ist er eine Feststellung. Natürlich geht es um die Ehrfurcht vor dem geistlichen Amt und um die Kirche, wenn ein Kardinal des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger beschuldigt wird. Was den konkreten Grohe betrifft, halten die Bischöfe sich raus. Das Bekenntnis zu ihm soll von all den recht- und billigdenkenden Menschen geleistet werden, an die im vorhergehenden Satz appelliert wurde. Die braven Leser werden aufgepeitscht, die Skeptiker eingeschüchtert. Die Bischöfe selbst beziehen in ihrer Stellungnahme keine Stellung, weder als Personen noch als Amtsträger, was darauf hindeutet, dass sie an die Unschuld des Kardinals nicht glauben. Sie argumentieren taktisch, raffiniert, manipulativ. Noch etwas ist augenscheinlich, Wut. Der Angriff sei von vorn bis hinten Blöff, habe ich geschrieben, doch der Angriffsgestus ist es nicht. Die Stellungnahme insinuiert, Leute, die den Kardinal homosexueller Verfehlungen bezichtigen, sind Kirchenfeinde. Sie sind nicht besser als Nationalsozialisten. Sie sind Verleumder. Profil ist ein Schmuddelblatt. Profil entehrt einen wehrlosen Mann. Profil missachtet die Menschenwürde. Profil zieht das Kardinalsamt, die Kirche und Österreich in den Schmutz. Diese maßlosen, im bürgerlichen Sinn eigentlich vernichtenden Vorwürfe wurden, wie wir gesehen haben, nur suggeriert, nicht verantwortlich erhoben. Die Weihbischöfe hätten leicht nachweisen können, dass sie all das gar nicht so gesagt hätten. Die Frage ist nur, warum taten sie überhaupt so, als würden sie es sagen? War das denn klug? Ist es klug, auf Vorwürfe mit Vernichtungsphrasen zu antworten? Eigentlich nicht. Ein unschuldig Verleumdeter hätte eine Gegendarstellung geben oder eine Aussprache anbieten können. Andere Schüler hätten ihn verteidigt. Das klerikale Protokoll ist vielleicht verzwickter, doch gewiss imstande, unberechtigte Vorwürfe in manierlichem Stil zurückzuweisen. Auch bei realer Schuld hätte es bessere Möglichkeiten gegeben. Die ehrliche Antwort, Vorwürfe prüfen, Schuld eingestehen, Missstände untersuchen, Abhilfe schaffen, System reformieren, ist einem dysfunktionalen Machtapparat nicht gegeben. Doch selbst für eine unehrliche Antwort gab es elegantere Optionen. Der Kardinal hätte seinen Rücktritt anbieten können, um Schaden von der Kirche abzuwenden, gekränkt, doch zu vornehmen, um den armen Josef Hartmann bloßzustellen. Die Bischöfe hätten erstaunt und erschüttert die Vorwürfe zur Kenntnis nehmen und eine Untersuchung in Aussicht stellen können, um Zeit zu gewinnen. Dann hätten sie Fürsprecher gesucht, die Grohers makellose Pädagogik bezeugen und vielleicht Psychiater, die Hartmanns Zerrüttung feststellten. Sie hätten differenziert, abwägend, eine tragische Verstrickung mit Schuld auf beiden Seiten eingeräumt. Im allerschlimmsten Fall hätten sie die menschliche Fehlbarkeit beklagt und Besserung gelobt. Waren den Bischöfen diese Grundregeln modernen Krisenmanagements nicht bekannt? Meine These Ihre Selbstkontrolle versagte. Die maßlose, im Impetus vernichtende Reaktion deutet darauf hin, dass Hartmanns Vorwurf als maßloser, auf Vernichtung zielender Angriff empfunden wurde. Der Wutbrief Wie verträgt sich eine rhetorisch und juristisch so exakt formulierte Stellungnahme mit einer solchen Vehemenz? Wie konnten dieselben Leute, die sich so geistesgegenwärtig jeder persönlichen Fürsprache für den Kardinal enthielten, dessen Kritiker so umstandslos zu Gegnern der Kirche erklären und öffentlich beschädigen wollen? Es muss eine Stressreaktion gewesen sein. Niemand hatte mit Hartmanns Offenbarung gerechnet. Für ruhige Überlegung fehlte die Zeit. Stress kann höchste Geistesgegenwart erzeugen, also im wütenden Angriff noch eine überscharfe Wahrnehmung der Kräfteverhältnisse. Funktionäre der Inquisitionszeit hätten im selben Affekt zu anderen Mitteln gegriffen. Anscheinend fühlten sich die Weihbischöfe in diesem Moment auch persönlich bedroht, als Mitwisser eines Straftatbestandes, ebenso wie als Repräsentanten einer kompromittierten Institution, der sie ihr Prestige verdankten. Wenn ein berechtigter Vorwurf solchen Stress auslöst, bedeutet das, dass die Vertuschung und somit der Missstand selbst für den Selbstwert des Betroffenen elementar geworden ist. Die Psychologie spricht hier von narzisstischer Wut. Die Raserei schützt kurzfristig vor dem Zusammenbruch der Identität. Tatsächlich handelt es sich um eine klassische Reaktion kompromittierter Machtmissbraucher und Mitwisser. Jeder, der solche Leute herausfordert, muss mit ihr rechnen. Unter deregulierten Verhältnissen kann das körperliche Angriffe, Verbannung oder Haft bedeuten, unter zivilisierteren Bedingungen das einschüchternde Gebrüll im Chefbüro oder in Schriftform eben den Wutbrief. Die Lektüre eines solchen Briefes ist so unangenehm wie der Blick in ein wutverzerrtes Gesicht. Doch anders als ein Brüll auftritt, der beim bebrüllten realen psychischen stress auslöst und nur von geistesgegenwärtigen Kämpfern zu meistern, ist frieren Wutbriefe gewissermaßen den Affekt ein und wer sie mit kaltem Auge liest, erhält höchst wertvolles Material. Die rhetorischen Mittel des Wutbriefes sind autoritärer Stil, Gestus der moralischen Entrüstung, gekränkte Unschuld, der Beschuldigte als Opfer, Züchtigungston, aggressiv mit Aufrufen rhetorischen Fragen, Drohgebärden, Drohgebärden, ohne dass eine direkte Drohung ausgesprochen würde, Generalisierungen, Bezug zur Sachebene nur scheinbar vorhanden. Im Extremfall tritt Kontrollverlust, Beschimpfungen, nachweisbare Lügen, Verleumdung ein. Dies gilt für einfache Wutbriefe, die sich nur von einer Person an eine andere richten. Wenn der Konflikt flickt, eskaliert, wird eine zweite Stufe gezündet. Erweiterter Verteiler, das heißt größerer Adressatenkreis bis hin zur Öffentlichkeit, Etablierung einer Antithese Kritiker versus Institution, wobei der Machtmissbraucher die eigenen Interessen mit denen der Institution gleichsetzt. Stufe zwei ist eine Machtdemonstration. Sie dient weder der Aufklärung noch der Verständigung, sondern verhindert beides vorsätzlich in der Absicht, den Missstand aufrecht zu erhalten. Die bischöfliche Stellungnahme setzt auf diese Taktik. Der erweiterte Verteiler stimuliert die Solidarität gleichrangiger Funktionäre und beeindruckt die Untergeordneten sowie die kleinere oder größere Öffentlichkeit, die nicht genau wissen kann, worum es geht und es aus dem Wutbrief auch nicht erfährt. Sie wird dennoch instinktiv eher zustimmen, da Hierarchien immer auch die Funktion haben, Aggressionen zu bannen und ein Machtwort geordnete Verhältnisse suggeriert. Die Worte des Kritikers haben keinen annähernden Applomb. Sie werden seltener gelesen und weniger ernst genommen. Die Antithese verstärkt diesen Effekt noch. Es erfordert psychische Energie, die Fehlbarkeit einer Institution zu verarbeiten, die man eigentlich verehrt. Lieber verdrängt man die unbequeme Information. Bis heute halten manche Gläubige jeden, der groher sexuellen Missbrauch vorwirft, für einen Kirchenfeind, was als taktischer Erfolg der Weihbischöfe zu werten ist. Oben schrieb ich, wer Machtmissbraucher herausfordert, muss mit solchen Briefen rechnen. Wutbriefe sollen einschüchtern, beleidigen und diffamieren und mancher Empfänger mag versucht sein, sie in den Papierkorb zu werfen. Praktischer Rat, tun sie das nicht. Lesen sie nur den Inhalt Wort für Wort und sie erkennen Feigheit und Blöff. Die Attacke verbirgt nackte Argumentationsnot. Bewahren sie diese Briefe auf wie Schuldscheine. Wir haben jetzt ein erstes Beispiel für Sprachanalyse, um den Machtmissbrauch im Prinzip heraus zu präparieren. Und jetzt würde ich gerne zu einem zweiten Beispiel auch in diesem Kapitel, es geht nach wie vor um Grohr hören, wobei es jetzt darum geht, wie löst man das Machtproblem? Eine erste Lösungsstrategie vielleicht? Ja, die Zwischengeschichte ist, es melden sich, normalerweise könnte Schluss sein nach so einem Brischofsauftritt und tatsächlich kommt wenige Tage später ein großer Gottesdienst im Sankt Stephansdom und da wird Grohr mit minutenlangem Applaus empfangen. Also die Bevölkerung steht immer noch hinter ihm, aber auf einmal, das weiß man nie, wann so etwas hochkommt, melden sich immer mehr ehemalige Schüler und Mönche, Novizen, die sagen, uns ist scheinen, das ist eine vollkommene Unkommunikation innerhalb der Kirche, aber plötzlich geht auch das los, also Briefe gehen von Diözese zu Diözese und jetzt schreibt ein, jetzt gibt es ein erstes sehr wichtiges internes Schreiben. Pater Emanuel ist der Autor. Am 8. April 1995, das war zwölf Tage nach dem Interview mit Josef Hartmann in Profil, schreibt dieser Pater Emanuel vertraulich an fünf Bischöfe. Er ist Rektor des Salzburger Kollegs St. Benedikt, damals 36 Jahre alt, ebenfalls ein ehemaliger Hollerbrunner und Zögling von Hans Hermann Grohr. Er erklärt, Da ich einerseits aus den Reaktionen und dem Auftreten des Kardinals auf ein zunehmendes Schwinden des Realitätssins, auf die Unfähigkeit einer kritischen Selbstbeobachtung und auf eine perfekte Selbstimmunisierung durch Verdrängung und spirituelle Kompensation und Legitimation schließen muss und mir andererseits die Stellungnahmen der Bischöfe von einer gewissen Hilflosigkeit beziehungsweise von mangelndem Hintergrundwissen gezeichnet scheinen, überlege ich schon seit Tagen, mich in einem vertraulichen Brief an den einen oder anderen Bischof zu wenden. Eine geschickte Einleitung. Der umständliche Schachtelsatz, sozusagen eine Verkörperung des Zögerns, enthält starke Reizwörter, schwinden des Realitätssins, Selbstimmunisierung. Vor allem aber spricht er den Bischöfen indirekt mangelndes Hintergrundwissen zu und bezeichnet ihre manipulativen, empörten, drohenden Stellungnahmen einfühlsam als eine gewisse Hilflosigkeit. Er hilft ihnen auf diese Weise, ihr Gesicht zu wahren. Wer nichts gewusst hat, darf auch mal hilflos reagieren. Kleiner Exkurs, die Frage, in welchem Ton man sich sinnvollerweise an vertuschende Mächtige zu wenden habe, ist enorm wichtig. Denn zur dysfunktionalen Macht gehören verleugnete Mitwisserschaft und verleugnete Haftung. Das gilt nicht nur innerhalb der uralten ausdifferenzierten Kirchenhierarchie, sondern ebenso in modernen säkularen Kreisen. Hier scheint eine Art archaischer Byzantinismus wirksam zu sein, demzufolge Autoritätspersonen keine bewussten Fehler machen. Wer ihnen solche zuspricht, stellt die Machtfrage, sodass die Mächtigen gar nicht anders können, als ihn niederzuwalzen. Machtmissbrauch und Infantilität scheinen zusammenzugehören wie Henne und Ei. In Jahrtausenden wurde der freche Untertan zurechtgestutzt oder einen Kopf kürzer gemacht. Dieses Wissen steckt uns anscheinend in den Knochen. Ich möchte aber ein weiteres Mal daran erinnern, dass unsere demokratische Zivilisation ein vernünftiges Regelwerk etabliert hat, dass Machtmissbraucher nicht nur das Köpfen verbietet, sondern auch jedenfalls theoretisch den Missbrauch der Macht. Das bedeutet, derzeit rollen keine frechen Köpfe. Es kann nur wieder so werden, wenn wir zu wenige haben. Zurück zu Pater Emanuel, der in seinem Brief den richtigen Ton getroffen hat, ob aus Unschuld oder Diplomatie. Diesen Ton hält er durch. Der Doktors ist beschwichtigend. Grundsätzlich scheint es mir von großer Bedeutung zu sein, zwischen Homosexualität und Homophilie zu unterscheiden. Und es ist mir wichtig zu betonen, dass ich überzeugt bin, dass im Fall Groa ausschließlich nach all meinem Wissen kein homosexuelles Vergehen im engeren Sinne vorliegt, sondern nur verschiedene Formen der Homo beziehungsweise Pädophilie. Auch das ist geschickt. Praktizierte Homosexualität wäre nach kirchlichen Begriffen ein Vergehen, doch inaktive Homophilie nicht. Ein zu direkter Angriff auf Kardinal Groa wird somit vermieden. Ich darf damit beginnen zu erzählen, dass auch mich, einem ehemaligen Hollerbrunner, sozusagen der Blitz gestreift hat. Das heißt, dass Groa auch mir gegenüber öfters Homophile Annäherungsversuche getätigt und mir einmal auch einen Zungenkuss auf den Mund gegeben hat. Das muss in der siebten oder achten Klasse gewesen sein. Mit dem Zungenkuss ist eigentlich, haben Sie es gemerkt, Zungenkuss auf den Mund, schreibt er. Mit dem Zungenkuss ist eigentlich die Grenze zur Sexualität überschritten, doch Pater Emanuel schafft es, auch weitere verbürgte Pädoy- und homosexuelle Übergriffe, von denen ihm Mitschüler und Mitbrüder erzählten, als das in Zungenküsse oder durch Drängen erzwungene gegenseitige Massage in Klammern splitternackt, unter Homophilie zu verbuchen. Das sprachliche Downgrade ermöglicht den Bischöfen Groas Treiben nicht als Vergehen, das sie in Mithaftung nähme, zu erkennen. Pater Emanuel's langer Bericht hat Züge einer bürokratischen Beichte. Dass er sich Groas Annäherungsversuchen widersetzte, habe ihm den Vorwurf eingebracht, eigensinnig zu sein, deshalb sei er trotz großem Einsatz in der Legion Mariens nie von Groa protegiert worden. Was ergibt sich, kann man sich fragen, aus dieser Bemerkung für die Protegierten? Damals litt ich darunter, schon bald aber, während meiner Studienzeit in Salzburg, als ich langsam begann, die Strukturen zu durchschauen, war ich dankbar dafür und sah diese Benachteiligung als Gnade an. Kontakte zu Betroffenen hätten ihm geholfen, die Sache zunehmend klarer zu sehen, sodass das Phänomen Groa und vor allem das Clanwesen seiner Anhängerschaft für mich immer deutlichere und eindeutigere psychologische Strukturen annahm. Schreibt er, Denkblockaden erzeugen Sprachblockaden, eindeutigere psychologische Strukturen, das ist absolut nichtssagend und doch spürt man den vorsichtigen Mönch um Erkenntnis ringen. Vor sechs, sieben Jahren wagte ich es erstmals, dieses Problem in persönlichem Gespräch mit vereinzelten Mitbrüdern anzuschneiden und erfuhr in allen Fällen eine Bestätigung des Verdachts. 1991 habe er dem Göttweiger Abt Clemens gegenüber die homophile Atmosphäre um Groa herum und die damit zusammenhängenden Dialogprobleme innerhalb des Konvents zur Sprache gebracht. Abt Clemens beschwichtigte die Sache und betonte, dass dies ein sehr heikles Thema sei und in diesem Punkt sehr schnell jemand in Misskredit gebracht werden könne. Somit stand für mich ein weiteres offizielles Vorgehen nicht mehr zur Debatte. Aus Rücksicht auf die Kirche, vor allem auf mein Heimatkloster und nicht zuletzt auf meine persönliche Lebenssituation, Habilitationsstadium und meine nicht ausreichend belastenden persönlichen Erfahrungen beschränkte ich mich darauf, im Freundeskreis und unter Betroffenen durch persönliche Gespräche das Bewusstsein für die pathologischen Bindungen und der Gleichen zu schärfen. Pater Emanuel rechtfertigt sein Nichthandeln durch Loyalität zu Kirche und Heimatkloster eine normale instinktive Reaktion. Interessanter sind die nicht ausreichend belastenden persönlichen Erfahrungen. Eine pseudo-juristische Formulierung, die Objektivität suggeriert, während die Erfahrung selbst, der objektiv sehr wohlbelastende Zungenkuss nur privat als nicht ausreichend belastend eingestuft wird. Wir sehen ein sich windendes Gewissen. Nein, Pater Emanuel will sich nicht reinwaschen. Er erwähnt auch das Habilitationsstadium, also ein opportunistisches Motiv. Das müsste eigentlich Studium heißen. Dann folgt ein geradezu eruptiv kurzer deutlicher Satz. Mit der Offenlegung Hartmanns hatte ich nicht mehr gerechnet. Und wie von einem Druck befreit fährt er fort, er müsse nach Lektüre des Profilinterviews jedem ganz ehrlich sagen, dass ich die Geschichte Hartmanns für authentisch halte. Seine Formulierungen werden jetzt schärfer. Von der zum Teil erschreckenden Abhängigkeit erwachsener Menschen vom Kardinal ist jetzt die Rede. Dem Mauern seiner Anhänger gegenüber jeder Kritik an Groa sektenähnlichen Verhaltensmustern und der Überlagerung natürlicher Interessen mit spirituellen Argumenten bei Groa. Dieser habe abgefallene als böse Judas vom Satan befallen abgekanzelt und menschlich verachtet. Besonders tragische Dimensionen dürfte diese Causa meines Erachtens dahingehend haben dass viele Priesteramts Kandidaten dadurch in existenzielle Krisen gerieten oder noch geraten werden und zwar dadurch dass sie sich einmal fragen werden müssen ob sie in ihrer Lebensentscheidung innerlich emotional wirklich frei waren oder ob ihr Jahr zur Berufung primär ein menschlich gebundenes Jahr zu Groa war. Dann nimmt der Brief eine Wendung ins Kirchenpolitische. Nicht zuletzt sehe ich in dieser ganzen Angelegenheit auch den Grund für die auffallend defensive Amtsführung Groas der sich auch dort still verhielt wo sein Wort als Kardinal von Wien gefragt worden wäre. Und? Nur mit großem inneren Zögern möchte ich darauf hinweisen dass natürlich nicht unterbleiben kann die Frage zu stellen ob nicht auch die eine oder andere Personal Entscheidung dadurch erzwungen wurde. Das sind bei aller rhetorischen Krengelei zwei mutige Leuten das Groas Homophilie schon vor ihrer Aufdeckung nicht nur den Opfern sondern der ganzen Firma geschadet habe. Letzter Paukenschlag Die moderne Psychologie weiß dass das Opfer solcher Vorgänge erst dann von Schuldgefühlen und Unsicherheiten befreit und zu einem neuen Selbstwertgefühl geführt werden kann wenn der Täter sein Vergehen einsieht und bereut. Ansonsten bleibt die Macht und Abhängigkeitsstruktur im Unterbewussten weiter bestehen Umgekehrt würde die Wahrheit auch den Täter freimachen. Wie ist dieser Brief zu bewerten? Er ist demütig im Ton aber um Klarheit bemüht wischt Beschwichtigungsformeln mit harten Details schwankt zwischen Bagatellisierung und mutigen Rückschlüssen Vielleicht ist er auch nicht ganz uneigennützig Der Autor empfiehlt sich dem Apparat als nachdenklicher verlässlicher und skrupulöser Funktionär der es auf sich nimmt den heiklen Sachstand zusammenzufassen ohne die Mitverantwortlichen bloßzustellen Mir erscheint dieser Brief enorm wichtig und wirksam denn er war eine anspruchsvolle Wortmeldung aus der Mittelschicht des römisch-katholischen Apparats die von den Bischöfen nicht attackiert werden durfte da sie die Institution trug diese Schicht kümmert sich um das Kerngeschäft sie hat das Wissen sie kennt die Strukturen sie leidet am ehesten unter den Missständen und hätte als operative Mehrheit Gewicht ohne sie sind die Mächtigen nichts es ist bedauerlich dass sie sich von Machtmissbrauch so zuverlässig und dauerhaft lähmen lässt was ein Angehöriger dieser Schicht bewirken kann wenn er die Stimme erhebt zeigt dieser diplomatisch höchstgeschickte Brief Pater Emanuel hat noch bevor sich die Fronten weiter verhärten konnten ein Arbeitspapier erstellt das den Bischöfen als Basis dienen konnte sie wurden darin gewissermaßen schuldlos informiert und konnten groß treiben erkennen und kommunizieren ohne es in den Mund nehmen zu müssen auch die kirchenpolitischen Folgerungen werden ihnen zu denken gegeben haben nicht als Ziel sondern als Warnhinweis denn nun änderten sie ihre Strategie Adressat Bischof Capellari rief am 10. April 1995 also fast sofort doch zweifellos nach Rücksprache mit den anderen vier Bischöfen Pater Emanuel an ob man das Schreiben an Papst Johannes Paul II. und den Leiter der Glaubenskongregation Josef Kardinal Ratzinger weiterleiten dürfe gut soweit die Lesung aus diesem Kapitel wir sehen hier ein erfolgreiches Beispiel das Zusammenspiel zwischen dem Opfer Hartmann was den Mut gefunden hat sich zu outen an eine Zeitung zu gehen und dem Insider dem Emanuel das hat hier den ersten Durchbruch gebracht die Geschichte geht noch weiter es war nicht alles gelöst aber vielleicht erzählst du uns noch das war jetzt ein erfolgreiches Team aber da gehörten ja vielleicht noch mehr dazu welche Personen waren in dem Stück was würdest du sagen auf der guten und auf der bösen Seite vielleicht noch relevant Ja ich kann noch sagen dass dieses ganze Kapitel beruht auf einem Buch das Buch Grohe der Titel von Hubertus Tschernin einem österreichischen Journalisten also damals schlugen die Bogen hoch na klar die einen waren für die Kirche die anderen gegen die Kirche und das Kernproblem war vernebelt verschwand im Dampf und daraufhin hat dieser Journalist ich glaube er war Chefredakteur von Profil und Supervisor dieser ganzen Veröffentlichungsserie zu Grohe hat einfach beschlossen den Fall zu dokumentieren und die Kleriker haben ihm aber auch vertraut also solche Briefe wie diesen bekam er dann zugereicht und die interne Korrespondenz also eine Dokumentation von ungefähr 200 Seiten fast unkommentiert sehr gut einfach Chronologie eines Konflikts da sieht man was sich innerhalb der Kirche abspielt denn die mutigen Leute sind ja auch Kirche es sind immer die Chefs die sich kompromittieren lassen von der Macht und die unbelehrbar sind letztlich aber die anderen gehören auch dazu und da sieht man erstaunliche Entwicklungen also zunächst mal gibt es ein und überhaupt warum schreibe ich dieses Buch wenn man sich die Dokumente genau ansieht auch in den anderen Fällen sieht man immer wie wenig die Mächtigen eigentlich in der Hand haben sie regieren nur mit Blöff und wenn man sich ihnen widersetzt können sie nichts tun denn sie wissen dass sie schuldig sind also was passiert es gibt da einen sehr mutigen Mönch den es auch solche Leute gibt es auch immer der außerdem eine Pfarrei betreut und nie ein Blatt vor den Mund genommen hat der arbeitete auch im Stift also war auch Mönch des Stiftes Göttweig Benediktiner Mönch des Stifts Göttweig dem Grohe als graue Eminenz seinen Stempel aufdrückte und er hat sich Grohe widersetzt hatte den Abt gegen sich hatte den Bischof gegen sich wurde gemaßregelt bedroht auch mit Ausschluss aus dem Konvent also bekamen eisige Züchtigungsschreiben die sind hier auch abgedruckt das ist man kommt aus dem Staunen nicht heraus und dann schließlich soll er tatsächlich aus dem Konvent entfernt werden und plötzlich finden sich Leute die sich mit ihm solidarisieren seine ganze Gemeinde demonstriert für ihn und dann sind ein paar ausgetretene Mönche die sehr gut formulieren können vor allen Dingen einer also ein paar ausgetretene Mönche des Stifts Göttweig die auch gehadert haben mit diesen Verhältnissen aber nichts ausrichten konnten und desillusioniert ausgestiegen sind die schließen sich zusammen und suchen den Dialog und kümmern sich um die Verbreitung der Fakten und die kommunizieren über diesen Pater Udo Fischer hieß er mit dem Bischof und lassen ganz nebenbei die Bemerkung fallen dieser Pater Udo bekomme viele Briefe von Missbrauchten so dass die Kirche weiß sie kann ihm eigentlich nichts tun und dann wird ein Trick gefunden dass man ihn wieder einsetzt ohne den Segen des populistischen Bischofs und eine noch dramatischere Geschichte betrifft den Prior dieses Kloster dass der auch ein ehemals von Grohe missbrauchter Novize war und dann aber den Weg weiter ging in die Hierarchie und Prior war und sogar sich darum kümmert den Grohe wieder einzusetzen also es ist eine komplexe Geschichte Grohe wurde durch den großen öffentlichen Widerstand tatsächlich von seinem Posten entfernt also man brachte ihn dazu zu resignieren er kann ja nicht gekündigt werden aber dann setzen die ihn wieder ein als Prior eines Klosters das zu Göttweig gehört und plötzlich sagt er also ein Tochterkloster und plötzlich sagt der Prior des Hauptklosters das geht nicht und geht zu seinem Abt und sagt wir können das nicht zulassen ich habe wieder was gehört er hat sich schon wieder vergriffen wir müssen den du musst mit ihm reden der Abt ist jemand der immer abwiegelt und immer so wie Pilatus sagt er kann nichts dafür kann nichts tun man muss die Dinge delikat handhaben und so weiter jetzt schafft dieser durch und durch zerrissene Prior tatsächlich sich zu emanzipieren und sagt er zieht sein Habit nicht mehr an so lange groher Prior des Tochter Klosters ist und er abtraut sich immer noch nicht und sagt dann fahr du und dann das einer der Höhepunkte des Buchers Groher fährt tatsächlich dieser junge Mann der ist 38 fährt tatsächlich um seinen ehemaligen Beichtvater Missbraucher Vorgesetzten immer noch Vorgesetzten immer noch immer noch Kardinal der Rang wurde ihm nicht aberkannt um den zu konfrontieren und das ist das einzige weil Groher ist ja ein richtiger Betrüger ein Hochstapler dessen Rhetorik ist noch besser als die von diesen Bischöfen der was soll er tun er kommt nicht mehr raus und dann sagt er das meinst du aber ich hatte doch nie Lust dabei verspürt das zählt überhaupt nicht also es hat eine shakespeersche Dramatik ja wir müssen ein bisschen auf die Uhrzeit gucken wir hatten ja vor es gibt drei Elefantengeschichten die zweite auch eine sehr spannende Helden Geschichte machst du daraus es ist eine Geschichte aus der bayerischen Politik die müssen wir jetzt aussparen weil natürlich die ganze Sache deswegen auch noch besonders spannend ist weil ich ja schon gesagt habe die dritte Geschichte die spielt in der Bayerischen Akademie der schönen Künste und du spielst im Prinzip da eine Doppelrolle du bist selber betroffen selber Opfer und gleichzeitig aber auch dein eigener Anwalt der ist die es schafft Öffentlichkeit herzustellen und damit ist natürlich eine wahnsinnig spannende Gemengelage da ich als Jurist habe als ich das angefangen habe zu lesen gedacht oh Gott das kann nur schief gehen es gibt unter Juristen den Spruch ein Anwalt der sich selbst vertritt hat einen Esel zum Mandanten das sollte man nicht machen aber dann nach der Hälfte dieses Kapitels habe ich gedacht okay das könnte klappen und am Ende war ich überzeugt okay man muss es so machen man muss es so machen alles ist drin und es an der eigenen Haut so erfahrbar zu machen das ist große Kunst und vielleicht gehen wir noch kurz in die in unsere letzte Stelle aber wir haben nur noch sieben Minuten schaffen wir das also es geht um die Bayerische Akademie der schönen Künste die berufen ist die Entwicklung der Künste zu beobachten und in jeder ihr geeignet scheinenden Weise zu fördern da wurde gab es auch plötzlich eine Regel sollte plötzlich eine Regel gelten nachdem keine Dichterlesungen mehr erlaubt sind und was sollte erlaubt sein germanistische Vorträge und ich sagte das ist widerspricht der Kunst ich sagte zwei Dinge erstens widerspricht das der Kunstfreiheit denn die Künstler also die individuelle Stellungnahme ist die individuelle Haltung und Gestaltung ist der Witz bei der Kunst also eine Materie das den Stoff des Lebens zu einer Erzählspur zu verdichten oder ein Thema ein anderes Buch von einem anderen Kollegen zum Beispiel darzustellen und auf diese Weise darzustellen wie es mir in diesem Augenblick am stringentesten am wichtigsten erscheint und zwar in diesem Augenblick und da hat mir keiner vorzuschreiben natürlich in welcher Form ich das tun soll ob ich da jetzt einen germanistischen Vortrag also niemand kann mir befehlen einen germanistischen Vortrag zu halten ist Unsinn seltsamerweise wurde das gebilligt und das hat mich das fand ich außerordentlich spannend und ich habe gekämpft also du hast mich freundlicherweise mit einem Anwalt verglichen der sich selbst vertritt ich war eigentlich keine Anwältin sondern ich habe ich war eher eine Chronistin ich habe versucht diese Regel abzuschaffen ich sagte sie ist auch gar nicht reell beschlossen worden von der Klasse sondern plötzlich hieß es wir haben jetzt zu gehorchen warum haben wir zu gehorchen und dann und dann habe ich mir alles mögliche ausgedacht eine schriftliche Umfrage ein Memorandum und zwar es ging alles schief die Regel gibt es bis heute das ist zehn Jahre her aber es war so spannend und so verrückt und es gab auch so viel zu lachen alles kam wieder vor die Wutbriefe und dass ich dass es erkenntnisreich war und dann schreibe ich am Ende meines Kapitels darüber den Stoff will ich jetzt nicht rekapitulieren schreibe ich ein kleines Kapitelchen der Elefant in der Akademie was fügt die Akademie Geschichte meinen Ergebnissen aus den anderen Kapiteln hinzu ich hoffe Aufschluss über die tiefe Hilflosigkeit unseres Bewusstseins im Umgang mit Macht die ersten beiden Szenarien hatten spektakuläre Schauplätze es gab eine Fülle von gesellschaftlichen religiösen historischen politischen behördlichen juristischen Implikationen zudem ein öffentliches Interesse schon diese Öffentlichkeit zwang die Akteure zur Vorsicht ihre Affekte durchschlugen zwar regelmäßig die Verlautbarungsprosa doch das waren nur Partikel der Wahrheit aus denen man das psychologische Geschehen herauspräparieren musste ganz anders in der Akademie sie war ein geschlossener Raum für den sich außerhalb niemand interessierte es gab kaum historische religiöse politische behördliche juristische Implikationen und falls waren sie den Beteiligten nicht bewusst das Grundarrangement war ideal einfach eine privilegierte Gruppe selbstständiger Intellektueller kam freiwillig zusammen um ohne äußere Zwänge und ohne formelle Vorgaben miteinander kulturelle Arbeit zu leisten zufällig waren diese Intellektuellen auch noch Literaten also Leute mit einem nachgewiesenen Talent lebendiges Geschehen jenseits gesellschaftlicher Sprachregelung auf hohem Niveau zu verbalisieren und ausgerechnet dort erleben wir den Paradefall gewissermaßen das Destillat eines Machtmissbrauchs ein Präsident und eine Generalsekretärin setzen in ein Protokoll eine willkürliche destruktive Vorschrift die ab sofort für die Literaturklasse zu gelten habe die beiden waren weder legitimiert das zu tun noch hatten sie besondere Güter Geld Sex Ruhm zu gewinnen allem Anschein nach war es pure Lust am Machtmissbrauch diese Lust war offenbar so prickelnd dass auch der neu gewählte Literaturdirektor sich die Vorschrift sofort zu eigen machte eine Besonderheit dieses Soziotops weder die Rechte der Mitglieder noch die Pflichten der Funktionäre waren schriftlich niedergelegt es gab also keine formale soziale Kontrolle Folge die Missbraucher handelten so bedenkenlos wie in keinem der anderen Szenarien Kardinal Groher verheimlichte sein Laster die Bischöfe verheimlichten es erst recht und Ministerin Hadertauer begann schon auf erste interne Kritik hin mit Vertuschungen im Gegensatz dazu gaben sich unsere Funktionäre geradezu aufreizend selbstgewiss missachteten unsere Einwände beantworteten Nachfragen entweder zynisch oder gar nicht setzten unumwunden ihre Vorschrift über die Wünsche der Klasse reagierten auf Widerstand mit Lügen Rügen und Machtworten als das Memorandum ihr Verhalten nach außen trug ließen sie sich auch in ihrer Wut ungehemmt gehen bis zur Selbstentblößung und bis ins Justiziable hinein Wie Machtmissbrauch auch hochentwickelte Gehirne vergiften kann lässt sich nirgends so gut beobachten wie hier Auch die andere Seite des Missbrauchs die Bereitschaft zur Unterwerfung zeigte sich in keinem anderen Szenario so deutlich Priester geloben ihren Bischöfen gehorsam Beamte leben in einem ausdifferenzierten hierarchischen System Abgeordnete fühlen sich der Parteidisziplin verpflichtet Warum aber nehmen freie Schriftsteller eine rechtlich fragwürdige künstlerisch absurde und intellektuell beleidigende Vorschrift hin wie ein Naturereignis Warum haben sie Profis der Sprache solche Schwierigkeiten auch nur darüber zu reden Erst hier fern aller institutionellen Zwänge zeigt sich unsere enorme psychische Verdrängungsneigung im Umgang mit Macht In keinem anderen Szenario war der Elefant so dick und in keinem wurde er so fanatisch ignoriert These zur Psychodynamik Die Kollegen saßen einerseits in einem virtuellen Pantheon neben Goethe und Schiller andererseits in einem Land das wo nicht mal 100 Jahren wegen Machtwarns Feigheit und Opportunismus in Barbarei versunken war Da konnte man schlecht sagen Tja schlimm dass du in deinen Grundrechten verletzt wirst aber ich muss mich jetzt leider um meine Karriere kümmern Also verfiel man immerhin nicht leichtfertig sondern unter deutlichen Anzeichen von Stress Peinlichkeit und Aggressivität auf die Lösung dass keine Rechtsverletzung vorliege und die Funktionäre tun dürften was sie wollten wobei das nicht klar ausgesprochen sondern nur danach gehandelt wurde Da die Unterwürfigkeit in dieser Form ungeklärt und unbewusst blieb brachte der Eklag keine Katharsis denn eine Bedrückung die man vor sich selbst verbirgt kann man nicht abwerfen So kam es dass die Künstler auch nach der Einschränkung der Regel dem Rücktritt des Literaturdirektors und der Abwahl des Präsidenten weiterhin keine Bücher vorstellten und sich auf unserer Bühne nur verstorbenen Autoren widmeten eine Autoritätsneurose Exkurs natürlich ist es heikel einem Kollektiv psychologische Diagnose zu stellen erst recht einem instabilen Kollektiv das wie unsere Literaturklasse nur dreimal im Jahr tagt ich mache jetzt einen kleinen Sprung wegen der kurzen Zeit Autoritätsneurose Stichwort Interessant ist dass die Autoritätsneurose nur innerhalb der Literaturklasse greff außerhalb konnte man durchaus selbstbewusst machtkritisch auftreten ein Intellektueller der unserem lügenden tobenden Präsidenten B jeden Hauch eines Widerspruchs erspart hatte wunderte sich in freier Wildbahn aufrichtig darüber wie das amerikanische Volk den unwürdigen Präsidenten Trump erträgt und nach einer Demonstration zehntausender Münchner gegen die rechtspopulistische Zündelei zweier CSU granten veranstaltete die Akademie mutig eine Podiumsdiskussion Was darf die Kunst war der Titel 2018 in der es darum ging ob staatlich alimentierte Künstler gegen die Regierung demonstrieren dürfen Wie offenbarte sich die Autoritätsneurose drei Beispiele Also wir bringen hier nur noch eins Erstes Dialog mit einem Kollegen Du kannst denen doch nicht sagen sie hätten Fehler gemacht Warum nicht von selbst merken sie es anscheinend nicht und wenn es ihnen keiner sagt können sie es nicht korrigieren Aber das geben die nie zu es wäre ein Gesichtsverlust Warum verliert einer sein Gesicht wenn er Fehler zugibt Alle Menschen machen Fehler Aber solche doch nicht Also sie machen natürlich Fehler aber das darf man ihnen nicht sagen Das halten sie nicht aus Sie haben es verlernt Jeder Mensch muss das aushalten und wer es verlernt hat muss es wieder lernen Von dir lernen die das bestimmt nicht Aber vielleicht von uns beiden Aus geschlossen Also tu was du meinst Aber ich trage das nicht mit Der Dialog zeigt wie zugebilligte Kritikunfähigkeit die Mächtigen erst recht kritikunfähig macht Immerhin erkannte dieser vergleichsweise rationale Kollege noch die Absurdität auch wenn er sie für ein höheres Gesetz hielt das man zu akzeptieren habe Bis dahin Ja Bis dahin Vielen Dank Vielen Dank.